Heute gibt es einen Geheimtipp, eine Top-Secret, alles natürlich nur Satire, 4-Schritte-Strategie, wie du einen gesetzlichen Betreuer, ich glaube sogar mit Einwilligungsvorbehalt, los wirst. Falls ihr noch nie was zu tun hattet mit dem Thema gesetzlicher Betreuer, ein gesetzlicher Betreuer, beziehungsweise die gesetzliche Betreuung ist ein Rechtsinstrument zur Unterstützung von Erwachsenen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht oder nicht mehr selbst wahrnehmen können. Jeder kann durch einen tragischen Unfall, eine schwere Krankheit oder im Alter in eine solche Situation geraten. In diesem Fall stellt das Gericht einen rechtlichen Betreuerin zur Seite. Diese unterstützen die betroffenen Menschen zum Beispiel bei der Regelung, der Finanzen, beim Umgang mit den Behörden, bei der Organisation von sozialen oder pflegerischen Diensten, bei der Ermöglichung oder Sicherstellung medizinischer Behandlungen. Dabei steht die Selbstbestimmung der Klientinnen im Fokus. Bla bla bla. Hört sich ja richtig gut an, das mit diesen BetreuerInnen. Im echten Leben ist es aber wohl doch nicht unbedingt so gut und so hilfreich, wie es sich anhört. Es gibt wohl einige Fälle, bei denen sind die Betroffenen nicht zufrieden mit den Diensten ihrer BetreuerInnen und ich habe jetzt schon öfter Sachen von verschiedenen Leuten gehört, bei denen die Betreuer einfach ein bisschen mehr gemacht haben, als sie sollten oder halt nicht das gemacht haben, was sie sollten. Ich persönlich hatte nur einmal das Vergnügen mit so einem gesetzlichen Betreuer, den hat mein alter Nachbar bekommen und ich hatte mich da erst voll gefreut, weil ich dachte, cool, der kriegt jetzt ein bisschen Hilfe, jetzt wird bei dem klar Schiff gemacht. Ich glaube, dieser Betreuer hat dann auch so einen Entrümpelungsantrag oder so, es hieß anders, gestellt. Auf jeden Fall hatte mein Nachbar Anspruch darauf und dann ist aber nie was passiert. Es ist nie was passiert, da hat er immer irgendeine Ausrede und er war auch nie zu erreichen telefonisch. Ich war einmal mit da in diesem Büro und das war schon anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also das war auf jeden Fall meine Erfahrung, die haben gewusst, wie er lebt und haben nichts daran geändert. Dieser Antrag ist nie was passiert. Das heißt, ich glaube, wenn jemand sagt, er oder sie hat schlechte Erfahrungen mit ihrem Betreuer, ihrer Betreuerin gemacht, dann kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass was dran ist an Vorwürfen, die es gibt gegen BetreuerInnen, die SeniorInnen entmündigen, kontrollieren und sie um ihr Spartes und ihre Rente bringen. Diese sogenannte Betreuungsmafia hat in Deutschland wohl Methode. Vorwürfe gibt es auch, dass es Betreuungen gibt, die Menschen gezielt probieren, auch gegen ihren Willen in betreute Wohneinrichtungen zu bringen. Wenn ihr schon mal von so etwas oder was Ähnlichem gehört habt, wenn ihr euch auskennt hier in Bezug auf die Betreuungsmafia, und wenn ihr wisst, wie da die Gelder fließen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ganz kurz hier auch an dieser Stelle, ich bin überhaupt keine Expertin auf diesem Thema. Ich habe ein paar Sachen jetzt dazu gelesen, ein paar Sachen hier im Internet, ein paar Sachen von euch. Und wenn ihr mich irgendwo verbessern oder ergänzen könnt, dann tut es auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Sache gelesen, da war ich ein bisschen überrascht. Und dann wundert mich das auch überhaupt nicht mehr, dass die BetreuerInnen generell so einen schlechten Job machen. Und zwar gibt es keine verbindliche und staatliche Ausbildung zum Berufsbetreuer. Das gibt es nicht. Erst seit dem 01.01.2023 gibt es wohl immerhin ein Registrierungsverfahren und einen Mindeststandard für den Zugang zum Betreuerberuf in Form eines Sachkundenachweises. Gibt es jetzt seit dem 01.01.2023. Vorher gab es diese Anforderungen wohl nicht. Und ich glaube, dazu mache ich bald vielleicht auch mal ein Video. Wie wirst du gesetzlicher Betreuer? Das ist, glaube ich, auch so ein Quereinsteigerjob, für den man keine wirklichen Qualifikationen braucht, aber richtig Cash machen kann. Und ja, wir machen vielleicht mal eine Videoreihe Traumjobs in REACH. Vorm Bürgergeld losstarten, dann stellen wir ein paar Jobs vor, bei denen du schnell zu Cash kommst, auch ohne richtige Ausbildung. Dann stellen wir vor, zum Beispiel rechtlicher Betreuer, Jobcenter-Gesundheitscoach oder Arbeitsminister und solche Sachen. Jetzt aber hier zurück zu den rechtlichen Betreuern, Berufsbetreuern. Das Problem mit diesen Betreuern ist, dass die sind zum einen nicht gut ausgebildet unbedingt und zum anderen sind die nicht unbedingt vertrauenserweckend. Und der große Haken, wenn du mal so einen Betreuer an der Backe hast, dann wirst du den auch nicht so schnell wieder los, unter Umständen. In der Theorie gibt es da wohl Möglichkeiten, schriftlich einen Antrag auf Aufhebung der Betreuung beim Gericht zu stellen. Wenn aber dein Betreuer deine Ansicht nicht teilt, überzeugt der am Ende die Richterin davon, dass du die Betreuung doch weiterhin brauchst und dann hast du weiterhin diese Betreuung, die du gar nicht willst und für die du sogar zahlen musst. Da hatten wir letztens drüber gesprochen. Für solche Fälle, jetzt hier ohne Gewehr, nur zum Spaß und das hier ist schließlich keine Rechtsberatung, eine 4-Step-Anleitung, wie du deinen gesetzlichen Betreuer los wirst. Betreuung auflösen ist theoretisch einfach, aber praktisch schwer und bedarf zweier kleiner Kunstgriffe. Step 1. Du musst zu einem Arzt deines Vertrauens gehen und dir die Fähigkeit bescheinigen lassen, Entscheidungen treffen zu können. Step 2. Am selben Tag musst du einen Notartermin machen und bei diesem Notartermin einem Bekannten deines Vertrauens eine Generalvollmacht ausstellen. Step 3. Mit einer Generalvollmacht, dem ärztlichen Attest und deinem Ausweis musst du dann zur Betreuungsstelle und die Aufhebung der gesetzlichen Betreuung beantragen, da wegen der notariellen Generalvollmacht hierfür keine Grundlage mehr besteht. Step 4. Der zuständige Spruchkörper des Betreuungsgerichts wird bei dir und deinem Betreuer nochmal nachfragen. Step 5. Hier musst du antworten und nur schreiben, dass du die Betreuung nicht mehr möchtest. Das hier waren die vier Schritte. Und dann noch der wichtige Hinweis, je mehr Theater im Vorfeld schon gab, desto schwieriger wird das Ganze. Denn für Gutachter, Gerichte und Sachbearbeiter erscheint es wohl als auffälliger, wenn jemand sich versucht, von der Betreuung freizusprechen. Das wird sogar als querulatorisch angesehen und die sind dadurch geneigt, zu Ungunsten das Betreuten zu urteilen. Zentraler Punkt für den Erfolg dieser Strategie ist es wohl so abgebrüht, es sich anhört, Ruhe bewahren und die Schritte führen. Keinen Betreuerwechsel oder Zweitgutachten in die Wege leiten. Das sind die vier Steps. Voraussetzung für das Gelingen ist also, du brauchst wohl einen Arzt deines Vertrauens und du brauchst einen Bekannten deines Vertrauens. Wenn du diese beiden Sachen hast, dann kannst du eigentlich loslegen. Was meint ihr, kann das funktionieren? Hat jemand das von euch vielleicht schon mal ausprobiert? Oder würde in Erwägung ziehen, das auszuprobieren? Und wenn ihr noch mehr Tipps habt, wie wird man eine rechtliche Betreuung wieder los, dann schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank im Voraus für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss. Bis bald. Bis bald.